hallo und herzlich willkommen bei den online-geistern christian hier aber dieses mal nicht alleine ich habe einen gast dabei dr. fam oder tulam ist einfacher glaube ich und wir beide sind heute das wird man vielleicht auch ein bisschen am hintergrund geräusch in einer großen halle und zwar der halle 1 der messe magdeburg wo heute der mitteldeutsche ernährungsgipfel stattfindet und du wirst ja nachher auch noch sprechen ja genau in einer halben stunde genau werde ich eine der keynotes halten ich auch schon mal sehr gespannt drauf weil ich werde ja über aktuelle trends in der lebensmittelbranche sprechen ich muss dazu sagen ich komme eben nicht aus dem bereich mein fokus ist eben eher so der des digitalexperten das heißt ich beschäftige mich immer mit digitalen trends aus europa aber vor allem auch aus dem silicon valley und aus china und das ist ja mal spannend weil die uns ja immer ein paar jahre voraus sind das heißt wenn wir heute eben verstehen welche technologischen und welche verbraucher trends eben dort gibt es eben auch für die chance für die industrie in deutschland sich eben auf diese trends einzustellen und in deiner keynote ich durfte ja schon mal im weg reinwerfen hast du auch mal fünf megatrends vorbereitet unter anderem ich würde jetzt mal vielleicht auf drei themen unterbrechen einmal haben der größere generationswechsel der hat ja gerade mit ansteht stichwort generation y generation z oder was jetzt auch gerade frisch herangezüchtet wie die generation alpha denn als die jetzt noch nicht mal 18 sind aber da kann man über sehr vieles miteinander reden aber das ist ja immer so ein wichtiger punkt dieser generationswechsel haben dann auch wie digitalisierung social media app wirtschaft was auch immer hat den konsum einmal verändert plus hat eben auch wie die industrie darauf reagieren kann ja sehr gerne schwerpunkt und generell erstmal die veränderung bei den generationen also generation y generation z verändert das überhaupt den konsum gerade bei dem ist der schwerpunkt dann auf lebensmittel ja genau also ich glaube am anfang ist erst mal wichtig diese beiden generationen auch mal zu definieren ich glaube der fehler den fall viele unternehmen machen ist dass sie sich nicht so sehr mit dem thema beschäftigen und immer abgespeichert haben naja das sind ja so diese ganz jungen ja da war irgendwas y z millennial ist halt die ganz jungen die snapchat generation aber sie vielleicht noch nicht wichtig für uns weil die haben eh keine kohle die können nicht unsere produkte kaufen also ist auch nicht schlimmer wenn wir die nicht verstehen und wenn man jetzt aber einfach mal drüber nachdenkt naja millennials oder generation y sind halt leute die sind halt zwischen 1980 und 1995 geboren das heißt leute die 1980 geboren sind die sind ja auch nicht mehr eben besonders jung die sind ja schon fast 40 jahre alt das heißt das sind ja tatsächlich ja leute die höchstwahrscheinlich gut im beruf stehen die wahrscheinlich eine familie haben die wahrscheinlich auch ein auto oder ein haus haben also das sind eben genau sehr relevante zielgruppen und die verhalten sich aber auch schon sehr sehr digital und ich glaube viele unternehmen unterschätzen das noch das bedeutet viele unternehmen sind noch nicht mehr in der lage einen 39 jährigen kunden zu erreichen geschweige denn dann den 22 jährigen kunden als jahrgang 1988 kann ich das definitiv auch bestätigen ich bin ja so quasi mittendrin bei der generation y oder die generation warum wird es auch manchmal dann schön übersetzt das ja auch einfach diese umstellung durchaus vorhanden ist von einfach nur noch eben nur konsument sein hinzu auch den mindestens kritischen konsumenten sein ja aber das jetzt nur meine persönliche erfahrung wie stellt sich dass der wissenschaft eigentlich da die er verändert zur konsum überhaupt verändert also ja das habt ihr herausgefunden also ich glaube der unterschied ist halt einmal dass ich glaube konsumenten der generation y das sind ja leute die dann jetzt eben so bis zu 40 sind wie gesagt die haben ja quasi alles analoge ja noch mitbekommen und die machen jetzt natürlich den wandel durch hin zum digitalen aber ich glaube gerade der der generation ist zum teil noch geschmackssache auf die jetzt sagt naja gehe ich lieber selbst in supermarkt oder bestelle ich eben alles per amazon genau gehe ich noch gerne ins kino oder schaue ich mir eben alles über netflix an das heißt da gibt es eben sozusagen noch dieses entweder oder aber gerade diese nächste generation z ist ja wirklich die die komplett digital aufgewachsen ist die quasi mit dem das handy nicht mit der muttermilch aufgesogen hat aber da stellen sich solche fragen zu zwar gar nicht mehr wie schaue ich jetzt pro 7 rtl oder eben netflix oder youtube das heißt die kennen natürlich nur also nicht lineares tv und von daher glaube ich dass eben der große umbruch oder die große gefahr in anführungszeichen für etablierte unternehmen gar nicht so stark von der generation y kommt weil es eben solche und solche gibt ich glaube erst die generation z ist dann eben voll digital und wenn wir jetzt eben über konsum sprechen also nehmen wir also ich sag mal leute sagen mal jüngere millennials wie du vielleicht auch und ältere oder die ältesten der generation z also sagt man leute irgendwo zwischen 20 und 30 so ungefähr liefern sie ja relativ ähnlich und ich glaube was man da als konsumpattern feststellen kann ist ich habe es ein bisschen zwiegespalten also einerseits glaube ich dass solche werte wie nachhaltigkeit eben schon eine viel größere rolle spielen also auch wenn man sich das ganze movement jetzt anschaut mit fridays for future zum beispiel das ja ganz stark generation z eben getrieben jüngere konsumenten finden eben auch so was wie second hand fashion eben sehr interessant also nicht nur weil es günstiger ist sondern auch wegen dem nachhaltigkeitsaspekt und deshalb wird der second hand fashion auch schon bald größer sein als eben fast fashion also eben sehr interessant gleichzeitig kann man auch sehen dass der fleischkonsum da gefühlt auch sehr stark zurückgeht also immer wenn ich irgendwie also dass ich jetzt das kleine kleine stich umgröße aber sehr oft wenn ich eben junge leute treffe dann stelle ich eben fest okay die sind entweder vegan sind zumindest vegetarisch experimentieren zumindest mal damit aber auf jeden fall ist jetzt nicht so dass sie jetzt jeden tag einen schweinebraten oder eine currywurst oder sowas essen und das hat eben einerseits sicherlich was mit einem anderen gesundheitsbewusstsein zu tun aber eben auch mit einem gewissen nachhaltigkeitsaspekt und ich glaube das wird natürlich dann eben sehr viel ändern für die ernährungsbranche das einfach diese jüngere konsumenten ganz schlicht und einfach andere sachen essen also könnte man es dann vielleicht so zusammenfassen die generation y oder generation y ist quasi die hybrid generation die so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen dieser alten und der neuen art und weise des konsums auch des umgangs mit deinem furchtungsgebieter lebensmittel und die generation z wäre dann quasi schon so die synthese erfolgreich von wo als auch man kennt halt nicht alles ist ein normaler teil der gesellschaft des alltags so zu leben dass man das ja auch bei dir in der kino dann als themen dass man dieses new food bewusstsein hat dass man mit der delivery also der lieferkette auch ganz anders umgeht oder es anders kennt also vielleicht auch ein jahr für unsere höchstweise bei dir denn deine unsere bio zuschauer new food delivery was sollen wir darum dass man so allgemein verstehen also mit new food meine ich erst mal dass ich glaube das verhalten also das verhalten jeder generation war ja immer ganz stark durch die medien geprägt also es war dann vor was nicht 30 jahren natürlich tv dann vor 60 jahren das mal hiffigen radio vor 100 jahren waren solche zeitungen und heute sind die prägenden medien natürlich andere das sind vor allem natürlich dann social media vor allem auch instagram dann natürlich die influenza die auf instagram sind aber dann auch solche themen wie zum beispiel esports podcast streaming und so weiter und das spannende ist halt dass es natürlich sehr viele food blogger gibt vor allem auch auf instagram und die geben dann natürlich auch irgendwo die trends daneben vor und es hat immer ganz spannend wenn man jetzt bei instagram schaut welche themen da aktuell sind dann sind das ja auch so was wie was nicht diese pokeballs zum beispiel oder ganz viel avocado avocado toasts oder ja matcha oder solche sachen ganz viel eben auch vegan ganz viel leben auch plant based da jetzt und das eben ganz interessant weil einerseits dadurch mehr leute mit diesen neuen food sachen auch in berührung kommen und auf der anderen seite ist dann eben auch diese neuen food arten werden natürlich auch visuell sehr attraktiv dargestellt das heißt früher haben die leute ja gedacht naja vegetarisch weiß nicht so recht das ist ja irgendwie so öko und müsli und so weiter das war natürlich auch ein bisschen negativ besetzt und heute sind es dann eher die coolen leute die halte vegan sind das sind diese ganzen models sind diese ganzen sportler die so ernähren das heißt es gewinnt eben eine ganz neue attraktivität so dass viele leute sich dann eben diese superfoods daneben essen wollen vielleicht gar nicht mal unbedingt was sie jetzt sagen ja ich bin so nachhaltig oder ich bin so gewissenhaft oder die tiere sind mir wichtig sondern weil es eben auch einfach trendy und eben auch cool ist also wird sowas wie der chiasamen hype den es ja vor einer zeit gab weniger die ausnahme sein sondern eher zur regel ja also ich glaube schon also ich glaube dass eine relativ starke spaltung vielleicht auch geben ja so ein bisschen auch nach ich sag mal nach nach stadt und land vielleicht oder vielleicht auch ein bisschen nach unterschiedlichen einkommens klassen das interessante ist ja das ja gerade fleisch ja oftmals so stark subventioniert ist dass es sogar günstiger ist als jetzt gemüse was ja eigentlich nicht so sein sollte und dementsprechend kann es schon durchaus sein dass eine vegetarische mahlzeit deutlich teurer ist als jetzt eben der das schnitzel mit pommes denkst du das wird sich ändern mit den preisverhältnissen das natürlich schwierig also da kenne ich jetzt zu wenig mit politik und lobbyismus und solchen sachen eben aus aber letztendlich glaube ich schon dass gerade in deutschland wahrscheinlich fleisch so gesehen wahrscheinlich zu günstig ist das dementsprechend wahrscheinlich viel fleischkonsum wird und das aber wiederum wahrscheinlich nicht so gut ist weil dann einfach die leute wenn sie die wahl haben zwischen einem schnitzel was ordentlich satt macht was eben sehr günstig ist und irgendwie so einem fancy grünkohl bowl oder sowas ja dann werden es natürlich jetzt also viele eher zu was handfestem greifen und ich glaube das spannende ist halt wenn man sich die usa anschaut haben wir eine starke unterscheidung zwischen leuten die an der küste leben also so kalifornien san francisco los angeles portland auf der anderen seite natürlich ostküste new york und die ernähren sich natürlich schon ganz ganz anders als jetzt die leute jetzt in der mitte jetzt eben ja also als die leute jetzt zum beispiel in das nicht in texas leben die wahrscheinlich doch noch mehr barbecue essen und ich weiß nicht ob wir genauso ein starkes gefälle jetzt in deutschland haben werden aber merkt man stellt natürlich schon fest dass es eben diese neueren food art natürlich tendenziell eher in was ich in berlin jetzt in kreuzberg oder im prenslauer berg gibt als jetzt irgendwie in auf der schwäbischen alp verändertes konsumverhalten geht ja auch häufig einher mit gemütlichkeit an vielen stellen jetzt gerade ist ja auch sehr sehr populär der ganze punkt ist etwas nach hause geliefert zu bekommen muss da ja auch immer im kontext sehen wenn ich auch gerade an price for future denken versus beispielsweise freis vorhubraum als anderes extremen auf der einen seite ökologischer schutz umweltschutz und auf der anderen seite ich will mir jetzt aber mein ist wie man schütze nicht verbieten das hat zumindest aktuell ja eine sehr sehr große debatte da gibt es schon mal einiges an der zündstoff auf jeden fall plus hat eben dieser punkt man kann sich alles nach hause liefern lassen dann ist auch bei dir den punkt der delivery wie ist da so ein trend wie wird was müssen zum beispiel auch hersteller beachten also muss ich jetzt als hersteller auch gleichzeitig die unternehmen aufbauen wie schaut es dann aus ja also der ganz große delivery trend das so vor drei vier jahren in den usa und eben auch in china gestartet und das heißt du konntest ja auf einmal eben alles nach hause bringen lassen das gilt einerseits für supermarkt einkäufe dass ein amazon also zwischen münchen gibt es eben amazon fresh oder amazon prime now wenn es gut läuft dann bringen sie innerhalb von einer halben stunde eben deine kompletten lebensmittel das heißt ich würde mich jetzt in münchen also ich wohne in münchen ich will mich da jetzt nicht mehr ins auto setzen abgesehen davon dass ich ganz besitze jetzt im supermarkt fahren weil ich mir denke warum soll ich jetzt eine halbe stunde damit eben verbringen wenn es mir jemand kostenlos nach hause bringt das heißt diese art von delivery die gibt es dann eben schon genauso wie diese food lieferdienste dann eben auch wo du jetzt eben nicht nur diese pizza eben bestellen kannst oder irgendwelches billiges ja chinesisches essen sondern wo mittlerweile dann ja auch richtig gute restaurants eben an solche delivery dienste wie zum beispiel deliveroo dann auch angebunden sind das heißt du kannst irgendwie auch von deinem lieblingsrestaurant hochwertiges essen bringen lassen wenn du eben relativ zentral in der größten stadt lebst das interessant ist aber dass sich eben dieser dass dieser trend sehr stark aufkam die ganzen venture capital geber haben wahnsinnig viel geld investiert und jetzt ist da so ein bisschen ernüchterung eingekehrt weil ja das geschäft auf einmal gar nicht so profitabel ist das heißt diese lieferdienste dieses anbieten die verdienen alle kein geld weil die ja fahrerkosten dann eben doch zu teuer sind in china kann so ein modell vielleicht ein bisschen besser funktionieren wo dann die fahrer auch nicht so teuer sind aber hier hat sich zum beispiel in futura vom markt wieder zurückgezogen das war ja auch sehr große meldung gewesen in dem kontext genau jan deliveroo ja eben auch und ist jetzt alle wieder in lieferando irgendwie aufgegangen die sind ja da jetzt monopolist können dementsprechend auch den restaurants die preise diktieren das heißt da ist die landschaft also nicht mehr ganz so rosig wie eben noch vor zwei drei jahren wo man eben wirklich dachte dass eben on demand eben alles funktionieren wird wobei ich schon der meinung bin dass es eben nur eine frage der zeit ist also im augenblick gibt es eine gewisse ernüchterung aber wenn wir nach china schauen das ganz spannend da gibt es jetzt schon kaffee delivery das heißt da gibt es quasi den chinesischen starbucks der nennt sich locken coffee und der kann der prinzip innerhalb von zehn minuten immer einen heißen kaffee bringen und die machen das nämlich so dass sie eben nicht diese großen filialen haben wie so ein starbucks sondern die haben im prinzip in jeder ja in jedem etwas größten gebäude eine kleine kaffeeküche die im prinzip gar nicht dafür gedacht ist das sollte sich da hinsetzen gemütlich und da drei stunden lang mit ihrem laptop irgendwas machen sondern das sind eigentlich reine kaffeeküchen als delivery hub wo dann eben die fahrer den kaffee holen und ihr dann eben schnell bringen und das ist eben dieser neue trend der nennt sich eben ja ghost kitchen oder cloud kitchen das heißt die küchen der zukunft die werden gar nicht mehr physisch in der form sein dass sie irgendwie auf besucher ausgelegt sind sondern man sagt okay die leute wollen eigentlich delivery haben und was soll ich jetzt in der teuren fußgängerzone mir jetzt so einen riesen laden mieten welch mir im prinzip auch irgendwie so ein hinterhof ding mieten kann wo ich einfach nur koche für delivery dieses cloud kitchen ist dann auch komplett automatisiert also quasi einfach nur ein glorifizierter kaffee automat oder gibt es schon noch leute die dann vor ort sind und den kaffee herstellen unterschiedlich also jetzt bei dem was ich jetzt gerade genannt habe bei diesen chinesischen sozusagen starbucks wettbewerber da gibt es dann tatsächlich schon leute die dann so baristas die den kaffee eben auch kochen aber tatsächlich gibt es in den usa eben auch solche konzepte die hat zum beispiel café ex da haben wir im prinzip auch so eine art glorifizierten kaffeeautomaten der aber sozusagen das ganze thema mobile ordering so ein bisschen einfacher macht das heißt also normalen kaffee automaten ist ja so du musst da ja hingehen und dann sollte mir deine münze ein und dann kommen halt wieder deine kaffee raus und da kannst du schon von fünf minuten unterwegs bestellen da gibt es quasi so eine art roboter der dann kaffee eben brüht und dann quasi verschiedene parkplätze hat was sozusagen den kaffee dann platziert das heißt wenn du jetzt zum beispiel ein kaffee bestellt vor mir dann wird der kaffee zubereitet wird zum beispiel auf den parkplatz 1 gestellt bis du den eben wieder abholst und in der zeit kann eben schon der nächste kaffee gemacht werden und bei einer normalen kaffeemaschine kannst du einfach nur einen gleichzeitig bedienen jetzt mal aus der ganz anderen perspektive also die hersteller mal betrachtet rechnet sich das überhaupt wenn ich jetzt das unternehmen für mich sagen ist ja ein gewaltiger infrastruktureller aufwand erstmal für am ende etwas wie kaffee das gibt es teilweise für paar euro also recht geringe preise das recht sich dann ja eigentlich auch erst wenn man es entsprechend hoch skaliert ja generell ist es überhaupt ein lohnendes konzept so was zu machen also auch dieses ganze verkehr das ist gerade das spannende also ich glaube diese ketten zum beispiel wie diese kaffee kette in china die verdienen derzeit auch kein geld und ich glaube es geht eben darum zu sagen wir wollen die nummer eins anlaufstelle werden für alle arten von home delivery und wenn die leute erstmal kaffee bei uns kaufen kaufen ja noch andere sachen kann auch sein dass der plan eben nicht aufgehen wird aber nur mit kaffee alleine werden wahrscheinlich jetzt nicht reich werden das heißt die wollen dann erweitern eben auch ihr menü verkaufen dann mittlerweile auch salate und mittagessen und so weiter und dann wird es vielleicht wieder spannend wenn dann eben der bon eben nicht bei drei euro ist sondern dann doch wieder bei was nicht 10 15 euro aber wie gesagt also da wurde wahnsinnig viel geld rein investiert wahrscheinlich wird sich herausstellen dass es auch nur in manchen städten gut funktionieren kann in einer stadt wie san francisco wird leute sehr viel geld verdienen da gibt es eben leute die sagen naja ich hätte gern diesen big mac für vier dollar und zahl halt meinetwegen zwölf dollar liefergebühr dafür weil ich bin irgendwie anwalt und verdienen irgendwie 225 dollar die stunde also habe ich keine zeit jetzt zum mcdonalds zu fahren aber tatsächlich ist halt so dass viele von diesen fancy konzepten natürlich in sehr großen wohlhabenden städten gebaut werden und wenn man die daneben global ausrollen möchte dann sieht man natürlich dass die marktgegebenheiten und natürlich auch das verfügbare einkommen nicht überall das gleiche ist also ein tipp für unternehmen könnte man vielleicht schon sagen also für die hersteller branche also vielfach werden diese konzepte erstmal ausprobiert ohne gleich darauf zu schauen ob es sich rechnet oder nicht einfach erstmal muss und kritische mass an nutzern zu kommen und dann sagen wir die amazon strategie effektiv zu fahren wir haben ja auch mit büchern damals im shop angefangen wenn sich dann ja graduell auf andere produkte erweitern zwischen gibt es ja bei amazon auch nahrungsbedarf zu kaufen ja also wäre das auch so eine variante jetzt für den klassischen einzelhändler bei uns in der jahre sagt ja wir bieten dann ist erst mal sowas an und holen uns damit halt erstmal kundschaft dran und erweitern ist dann oder ist es jetzt nicht glaubt das ding ist da so richtig geeignet ich glaube das ding ist halt dass die leute sich halt immer an den kundenservice eben gewöhnen ich nehme ein beispiel also vor zehn jahren was ja auch sehr unüblich jetzt schuhe online zu bestellen da kommt so ein zalando auf den markt und sagt hat eben okay was nicht kostenlose lieferung und kostenlose rücksendung ist ganz normal und dann wollen sie natürlich alle anderen kunden haben und selbst die die das nicht mitmachen wollen andere händler zum beispiel die sich das vielleicht auch gar nicht leisten können die müssen trotzdem mitmachen weil es eben der kunde erwartet und genauso glaube ich dass eben manche kunden irgendwann erwarten werden dass es eben eine lieferung gibt das ist dann meinetwegen sogar eine nicht nur next day delivery gibt sondern sogar same day delivery oder sogar einen stunden delivery und dann geht es eben darum dass den kunden anzubieten vielleicht sind es aber auch die kunden die gar nicht so preissensibel sind und dann muss man dann vielleicht dann zehn euro liefergebühren eben verlangen um das ganze dann wieder kostetechnisch abbilden zu können ich glaube was derzeit versucht wird wird es sehr sehr günstig anzubieten dann sieht man eben dass es sich so eben nicht rechnet und ich glaube der nächste schritt wäre zu sagen okay die leute die wirklich diese konvenience haben wollen die sollen die fälligst auch dafür bezahlen und dann wird man aber sehen wie groß dieser markt dann wirklich noch ist das ist auch das was du denn bei dir unter new retail zusammenfasst in deinem vortrag dann genau new retail ist eigentlich das ist ein begriff der kommt aus china und damit wird eben diese verknüpfung von online und offline gemeint und da spielt alibaba eine vorralte rolle also alibaba ist ja quasi das chinesische amazon aber haben eben auch sehr spannende offline konzepte und da haben sie zum beispiel eben auch solche genau eben den supermarkt da heißt nennt sich hemer supermarkt und das kann man sich vorstellen wie so ein riesen supermarkt einfach aber wenn man eben da reingeht dann kann man hat jedes produkt auch im qr code wenn man den daneben scannt dann erfährt man sowieso alles sofort zum produkt das heißt ob die wo die produkte herkommen ob die wirklich bio sind wann die gepflückt worden sind und so weiter man kann die sachen direkt vor ort eben auch auch gleich verzehren und natürlich auch mobil bezahlen aber man kann sich die sachen eben auch sofort nach hause liefern lassen das heißt dieser supermarkt der fungiert gleichzeitig auch noch als logistikzentrum und wenn man in china eben innerhalb von einem drei kilometer radius eben auch wohnt von so einem hemer supermarket dann wird eben auch in 30 minuten delivery garantiert das heißt die leute die richten sich zum teil auch schon danach aus dass sie sagen mensch ich würde gerne in so einem umkreis von so einem supermarkt wohnen damit ich eben diese convenience habe und da sieht man aber schon auch wieder diese gewisse stadtland diskrepanz also ich habe immer in münchen in der innenstadt gewohnt bin ein bisschen rausgezogen das heißt da gibt es jetzt keine ja one hour delivery mehr aber ja zwei stunden delivery kriegen sie dann noch schon noch hin aber wäre ich jetzt noch mal zehn kilometer weitergezogen dann hätte ich da gar keine delivery mehr bekommen das heißt und dann lohnt sich das geschäftsmodell eben auch nicht mehr das heißt ich glaube diese modelle lohnt sich halt nur in sehr dichten urbanen agglomerationen wie jetzt zum beispiel amerikanischen und chinesischen großstädten und in deutschland gibt es vielleicht auch nur eine handvoll städte die für sowas wirklich in frage kommen aber da sind wir ja auch schon wieder bei dem punkt dass hat die zielgruppe die kundschaft hat geeignet sein muss für das modell ja du hast ja zum beispiel die qr kurz angesprochen die haben ja in asien japan china vor allem ja eine ganz andere popularität als hierzulande anfang der 2010er gab es ja mal einen kurzen trend und das ist ja im grunde mehr oder weder sagen klanglos gestorben in europa was so die popularität von qr kurz angeht das ist ja im grunde alltäglich ich kenne es auch in einigen tokyoto u-bahn stationen da kam er richtig mit einfach sich vor plakate stellen die qr-codes scannen und dann darüber einkaufen und kriegt man es ja auch geliefert also das ja auch eine ganz andere umsetzung der technik als das hierzulande ist in china sogar noch spannender da kann man jetzt schon komplett nur über gesichtserkennung bezahlen das heißt da benutzt man kann ich mal mehr deine app du bist gehst in ein restaurant rein bestellt was an so einem terminal wie bei so mcdonalds stellt sich davor dein gesicht wird abgescannt die wissen auch sofort wer du bist und du zahlst dann eben direkt und das ist natürlich so sachen die werden wahrscheinlich deutschland jetzt erstmal nicht so populär über den datenschutz spricht man natürlich mal lieber gar nicht was das angeht dass es dann eine traurige anlegenheit aber es ist ja erstmal der punkt die technik ermöglicht das prinzipiell das ist ja auch die sache wird es überhaupt akzeptiert also in china funktioniert das in usa funktioniert das ist ja in dem fall auch ganz andere kulturräume als in deutschland auch ganz technisch noch mal ganz anders haben gerade die urbanen zentren sind ja wesentlich besser angebunden was einfach breitband internet etc angeht als man das in vielen gebieten deutschlands hat plus hat eben der kulturelle unterschied kann das in deutschland überhaupt funktionieren diese ganzen internationalen konzepte wenn ich jetzt hier einfach also ein vororten wäre das überhaupt möglich das einfach eins zu übertragen hierzulande also ich glaube rein vom user verhalten her wird sich die generation z bei uns eben sehr stark verhalten wie eben auch die chinesen das bedeutet eben sehr technologie affin jetzt auch gar keine so großen bedenken was datenschutz angeht wenn man eben sieht dass jetzt eben jugendliche heutzutage 30 mal am tag auf ihrer instagram story um die posten oder auf snapchat ihren standort freigeben dann ist dennoch relativ egal ob es jetzt irgendwie beim mobilen bezahlen vielleicht irgendwelche spuren hinterlassen das heißt ich glaube die generation z die wird dann eben diese angebote sehr stark eben wahrnehmen aber ich glaube es wird dann eben auch eine gewisse naja also zwei klassengesellschaft hat sich mal so ein bisschen negativ an ja aber ist natürlich klar dass es heute leute gibt die eher technologie affin sind eher gut ans internet angeboten sind angebunden sind ihren größten städten wurden wo es dann auch diese angebote gibt und die werden natürlich jetzt eher diese neuen trends mitnehmen als jetzt eben der rest der bevölkerung die dann vielleicht ja nicht so viele technologischen möglichkeiten haben dann für uns jetzt abschließend haben vielleicht noch mal aus der sichtweise und ich bin jetzt am lebensmittelindustrie ein unternehmen in den reichen ja also ist eins zu eins zu übertragen nach deutschland das wird jetzt so wahrscheinlich erstmal nicht funktionieren oder vielleicht doch wenn ich mich vor allem auf die jüngere generation konzentrieren und die da erstmals testbett zu nutzen oder ich glaube letztendlich muss man natürlich mal seine es hört sich jetzt relativ simpel an ist es aber auch letztendlich muss man natürlich mal seine zielgruppe vor augen haben ja also es hat ja auch nicht jeder eine junge zielgruppe das ja vielleicht irgendwelche ernährungsprodukte sich vielleicht an eher an familien wenden oder vielleicht auch an ältere kunden aber letztendlich ist ja immer die frage die kunden ich erreichen möchte wie ticken die überhaupt das wollen überhaupt haben manche essen fleisch manche essen keine fleisch manche essen kein fleisch manche zielgruppen kann extrem gut über tv erreichen andere eben überhaupt nicht da muss man vielleicht irgendwie mit e-sports-influencern zum beispiel arbeiten manche leute gehen nach wie vor sehr gern über den wochenmarkt schlendern oder den normalen supermarkt und andere wollen eben alles nur noch on demand haben das heißt ich glaube das musst du dann eben rausfinden wer ist wirklich so meine zielgruppe welches konsumverhalten haben die welches mediennutzungsverhalten und dann muss ich mich natürlich sehr stark darauf konzentrieren aber ich habe der unterschied ist eben dass du früher sehr stark dieses prinzip hat dass naja alle gehen ja wie in den supermarkt und alle gucken ja irgendwie fernsehen also kann ich irgendwie auch mit der gießkanne so ein bisschen drüber gehen und für alle das gleiche angebot machen und heute hast du eben viel stärkere nischen dass eben bestimmte leute sich ganz ganz anders ernähren vielleicht auch weil sie sport machen und so weiter die leute und konsumieren ganz unterschiedliche medien selbst innerhalb von digital ist jemand der facebook nutzt jemand ganz anders als jemand der instagram nutzt ist man ganz anderes als jemand der irgendwie tik tok nutzt oder sich im e-sports anschaut selbst im digitalen bereich gibt es ihm sehr starke nischen und die schwierigkeit halt für viele unternehmen ist halt dass sie allein schon diese herausforderungen von offline zu online schon relativ komplex finden und wenn sie dann in online welt jetzt auch noch mal diese 100 subkulturen da irgendwie treffen dann wird es eben noch mal schwieriger und da muss man sich dann eben auch rein denken können und ich glaube das ist auch alles machbar wenn man eben offen dafür ist aber oftmals kann man eben feststellen dass dort in der industrie relativ konservativ sind relativ ablehnend sind was es eben angeht und sagen naja die jungen leute die sind alle doof das heißt die sind quasi dran schuld wenn es geschäft nicht läuft also wirklich daran die jugend von heute genau diesen so quasi dran schuld es liegt daran dass wir als industrie uns eben nicht angepasst haben vielleicht keine neuen vertriebskonzepte haben keine neuen marketing konzepte haben sondern sind diese blöden jugendlichen die jetzt auf einmal nur noch ok influencer gut finden und auf einmal irgendwie unser unser gut alle leber was nicht messen wollen also ich habe es für mich jetzt haben also etwa dreieinhalb vier schwerpunkte herausarbeiten können von dem auch dass du gesagt hast also zum einen vielfach muss sich die industrie von ihrer eigenen überheblichkeit erstmal lösen also nicht so der kunde liegt falsch sondern vielleicht sollten wir uns eher den kunden anpassen denn vom kunden kommt ja das geld genau überhaupt erstmal diese entsprechende denkweise einzunehmen dann gibt es ja nicht mehr das eine medium den einen markt und es gibt ja einfach diese zersplitterung in viele medien und viele märkte was dann auch wieder einher geht mit einer entsprechenden zielgruppe also ich muss halt immer wissen auf welchem markt und über welches medium kann ich welche zielgruppe erreichen und dann die influenza hat es ja auch mit angesprochen werden ja auch immer wichtig werden so der influenza als neuer promi als neuer spokesman oder wie auch immer man es nennen möchte sogar noch einen schritt weiter den influenza den will ich sogar gar nicht mehr unbedingt als person sehen sondern fast eher wie so ein ja ich sag mal fernsehsender oder wie so eine special interest zeitschrift genauso wie die leute halt früher gesagt haben ich gucke jetzt irgendwie rtl oder ich gucke mir eine sendung auf rtl an schalten seit heute bei ihrem lieblings youtuber ein oder sie folgen eben ihrem lieblings instagramer aber wenn jetzt dieser lieblings instagramer jetzt zufällig was nicht ernährungs guru ist dann glauben sie natürlich auch alles ja und zum teil kennen sich auch wirklich gut aus also da ist die industrie auch wieder sehr überheblich und sagt naja was ist denn schon diese ganzen influenza aber wenn halt welche davon also manche davon sind ja auch was ich ernährungswissenschaftler und so weiter oder kennen sich eben sehr gut aus aber die follower die sagen halt naja ich lese hat keine zeitschrift mehr wie essen und trinken oder wie fit for fun oder sowas sondern vollgeben dem influenza x und wenn der mir morgen sagt dass grüne smoothies zum frühstück irgendwie besonders gut sind dann mache ich das dann eben auch und die frage ist eben kann man eben mit diesen influencern zusammenarbeiten oder kann man vielleicht auch selbst eine art fernsehsender werden oder social media channel wo man dann eben selbst auch über seine eigenen produkte spricht aber da das heißt heutzutage geht eigentlich alles direct to consumer und das ist eben auch so schwierig für die unternehmen weil früher haben die ja gesagt wir machen jetzt hier unsere unser lebensmittelprodukt verkaufen ist irgendwie an den einzelhandel an den supermarkt und dann soll der gucken was mit dem endkunden passiert und heute würden die modernen brands direkt in beziehung mit dem endkunden gehen sowohl was den verkauf als auch die kommunikation angeht was wiederum problem auch für den einzelhandel ist weil der wird eben auch zunehmend irrelevant weil der konsument hat unendlich viel auswahl früher hat er nur gesagt okay da gibt es halt hier nur den edk dann kann ich auch nur kaufen was es da gibt und heutzutage das internet kann der theoretisch alles haben was er möchte und sucht sich eben auch die dinge aus die ihm gefallen und bekommt nicht einfach so die produkte reingeposht da vielleicht auch gleich für zwei linktipps die mir da mit spontan eingefallen sind es gibt einmal ja ein youtube kanal der von edeka gesponsert ist die amt haben glaube ich genannt ja das ist ja wirklich deutlich ist sponsoring erkennbar weil die auch so als youtube kanal wo es dann darum geht also mehr oder weniger kochschau zu machen dass die einen seite für dann das neue format und genauso gibt es ja auch auf dem tv sender six eine back sendung so ein back wettbewerb von dr oetker mit gesponsert die auch so in diesem bereich wo du es das umschrieben hast etwa auch mit unterwegs ist diese direkte ansprache der ziel kann ja genau okay das kann auf jeden fall sind machen ja dann würde ich sagen wir sind jetzt auf jeden fall schon fast bei einer halben stunde genau vielen dank input war einiges gewesen also dir vielen 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 dank frage gleich mal für meine höhere deine zuschauer wissen sie aber meine höhere auf jeden fall noch nicht wo kann man dich eigentlich so erreichen also mich kann man eigentlich am besten auf linkedin finden also auf linkedin veröffentlicht jeden tag ein video zu aktuellen trends zu aktuellen digitalen trends so über die wir auch heute gesprochen haben das heißt mein name ist ja tool am farm also genau kannst du noch mal ausschreiben verlinkt sehen schon genau das mal verlinken aber auf linkedin kann man mich sehr gut finden außerdem habe ich auch ein podcast der zwei dreimal die woche rauskommt die videos auf linkedin ist auf englisch der podcast ist auf deutsch das heißt wenn man über solche themen up to date bleiben möchte dann ist das auf jeden fall eine ganz gute fälle okay dann danke ich dir da auf jeden fall schon mal und wo findet man dich wo kann man dir folgen ja klar also uns kann man einmal finden auf online-geister.com und bei der bindestrich seminar auf online-geister.com und bei der bindestrich seminar.de und ansonsten macht mein name ist christian allner mit ch und a l l n er geschrieben einfach in der suchmaschine des vertrauens eingeben da findet man mich ich tanze da auf vielen hochzeiten ich danke dir ebenfalls und dir danach noch viel erfolg bei deiner keynote und für euch online-geister draußen wie immer war das jetzt ein erster einblick ins thema bei fragen sind wir natürlich auch immer erreichbar und alle weiteren informationen wie immer online-geister.com und der seminar.de da schreiben wir in unserer wiki auch regelmäßig aktualisierungen mit rein ansonsten mein name war christian und sagt ich habe es gerade mit dr fam gesprochen der ist auch gleich noch die keynote beim mitteldeutschen ernährungsgipfel halten wird und wenn da noch fragen sind ihr wisst wie uns erreicht das wäre es dann und bis bald tschüss für die radiohörer gibt es jetzt musik und ihr hört einen weisen einer sache du brauchst feedback du willst tipps von social media experten du brauchst impulse um beruflich und persönlich weiterzukommen jetzt anmelden unter www.online-geister.com slash gruppe der seminar netzwerk war zunächst für christians kursteilnehmer gedacht und ist seitdem gewachsen euch hörer laden wir ein das heißt einen thema kreis vernetzen und interagieren projekte vorstellen es darf alles gefragt werden es darf alles beantwortet werden jetzt anmelden unter online-geister.com slash gruppe